Die Musterfeststellungsklage wird ein ganz wichtiges Instrument werden, weil oft sind die materiellen Schäden, das was man an Geld zu viel bezahlt zum Beispiel, das ist oft so wenig, dass es sich für den Einzelnen oder die Einzelnen gar nicht lohnt. Und dann ist es gut, wenn sich verschiedene Verbraucherinnen und Verbraucher zusammenschließen können und gemeinsam so eine Musterfeststellungsklage über eine Organisation eben einreichen können. Welche Organisationen das sein können, welche Voraussetzungen dafür gelten, das wird derzeit noch in der Koalition in den letzten Zügen ausgehandelt, aber da werden wir sehr bald Klarheit haben.